hey zusammen und herzlich willkommen auf meinem kanal my creative area schön dass ihr bzw du meinen kanal gefunden hast auf meinem kanal findet man hauptsächlich videos zum thema sims 4 weil mir das tatsächlich am allermeisten spaß macht am liebsten befinde ich mich dabei im baumodus und hat mit meiner video reihe es war einmal eine magische welt für mich entdeckt doch nicht nur magische grundstücke werden hier auf diesem kanal gebaut sondern auch gewöhnliche grundstücke urlaubsorte oder gebäude für gemeinschaftliche aktivitäten deiner sims auch wenn ihr hilfe oder tipps und tricks in die sims 4 braucht findet man hier das ein oder andere video auf meinem kanal ab und zu kommen auch andere videos außerhalb von der sims 4 welt dann findet man hier spiele die ich noch so ein bisschen entdecken möchte wie zum beispiel das spiel minecraft noch eine kurze anmerkung am schluss youtube ist für mich ein hobby das heißt ich habe keine festen upload tage und neue videos kommen nur dann wenn ich auch die zeit dafür finde ich mache die videos dafür mit leidenschaft und freue mich immer wenn man mir einen lieben kommentar da lässt und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen tag und ganz viel spaß beim schauen meiner videos